Mein Name ist Dagmar Demers-Staude und wir befinden uns im Schießstand der königlich privilegierten Schützengesellschaft Neustadt an der Aisch. Genau, ich bin die Tochter, Alisa Staude. Und ich bin der Mann, Michael Staude, zweiter Schützenmeister vom KBSG Neustadt an der Aisch. Diese Scheibe zeigt das Bürgerschießen, das alle Jahre zum Kirchweih traditionell für die Bürger abgehalten wird. Diese Scheibe ist nur für die Bürger vorbehalten. Es wird auf KK liegend, 50 Meter geschossen, aufgelegt. Der beste Teiler zählt und wird dann mit Namen der Schütze dort aufgeschenkt. Wir hatten die Idee für die Scheibe zum 550-Jährigen unserer Schützengesellschaft. Diese Scheibe ist die einzige bisher in unserer Schützengeschichte. Wir sind draufgekommen, weil es so keine nachhaltigen Ergebnisse gibt, um herauszufinden, welcher Schütze wann geschossen hat, mit welchen Teil er gewonnen hat. Und so sind wir draufgekommen, um auch die Bürger unserer Stadt Neustadt an der Aisch und der Aischung daran teilhaben zu lassen, sich hier zu verewigen. Genau, weil das Bürgerschießen ist ja sehr prägsam für unseren Verein und dass auch mal die Bürger die Chance haben, sich hier sozusagen im Schießhaus zu verewigen. Es zeigt den Zusammenhalt unserer Familie, weil wir schon seit Jahrzehnten in diesem Verein sind, vieles mit bewirkt haben. Und es geht nicht ums Verewigen in dieser Scheibe, sondern den Verein ein Stück weiter oder in die Geschichte weiterzugehen, an der viele mitarbeiten und unsere Familie schon sehr lange dabei ist. Der Wunsch, den ich hätte für diesen Verein, ist, dass er die Öffentlichkeit, die Jugend, wie auch die Älteren anspricht und die Bereitschaft sieht, dass der Skisport nichts Verfängliches hat oder was Gefährliches, wie er oft in der Öffentlichkeit dargestellt wird, sondern dass es Geselligkeit und Tradition beinhaltet. Ich hoffe, dass der Skisport wieder positiver rüberkommt, dass der, wie schon meine Mama gesagt hat, wieder die reine Masse zugänglich wird, genau, ansprechender wird. Und das Bürgerschießen ist eben so ein großer Teil von unserem Verein, wo die Öffentlichkeit wirklich schon sehr positiv darauf reagiert. Ich würde mir auch wünschen, dass sich die Eltern und die Kinder mehr am Skisport beteiligen würden, dass es ein richtiger Sport ist und nicht ein Rumgeballere oder so, was man von Videospielen kennt. Es ist ein Sport, wo man sich konzentrieren muss, wo man Ausdauer zeigen muss. Ja, und das würde ich mir wünschen, dass das besser rüberkommt. Ja, und das würde ich mir wünschen, dass das besser rüberkommt.